Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Quantenseelen, mein Name ist Carmen und ich helfe dir dabei deine Multidimensionalität zu finden, deine Quanten-DNA zu aktivieren, dein menschliches Dasein zu meistern und alles das zu werden, weil du eigentlich bist. Heute haben wir ein ganz ganz spannendes Thema und ich erhalte sehr sehr oft dieselbe Frage und die Frage ist, was genau heißt es multidimensional zu sein? Multidimensionalität heißt nicht nur, dass man sein drittes Auge offen hat. Es ist so viel mehr als nur ein offenes drittes Auge. Es geht darum, dass man mit seinem ganzen Dasein viele verschiedene Dimensionen der Existenz wahrnehmen kann. Eng erklärt würde man Multidimensionalität eigentlich als eine Möglichkeit der Wahrnehmung verschiedener Dimensionen beschreiben können. Was meine ich genau damit? Wir als Menschen sind schon multidimensional. Von unserem Seinszustand sind wir alle multidimensional. Es geht nur darum, dass wir uns dessen nicht bewusst sind. Deswegen, weil wir dieses Bewusstsein unserer Multidimensionalität nicht haben, können wir es auch nicht wahrnehmen und deswegen können wir es auch nicht brauchen in jedem Tag oder jeden Moment oder um sein eigenes Leben hier auf Erden zu bereichern. Heute möchte ich ein bisschen mehr darüber erklären, was genau man sich unter Multidimensionalität vorstellen kann und wie du das für dich stärken kannst oder zumindest anfangen kannst, es zu stärken. Wie wir schon gesagt haben, Multidimensionalität ist nicht nur ein offenes drittes Auge. Zwar ist das offene dritte Auge ein sehr wichtiges Element der Multidimensionalität. Es ist aber nur ein Wahrnehmungskanälen. Wenn wir erstmal zu den Wahrnehmungskanälen oder Wahrnehmungsmöglichkeiten gehen, wodurch wir unsere eigene Multidimensionalität wahrnehmen können, dann helfen uns eigentlich alle Chakren in unserem Körper dabei, andere Dimensionen wahrzunehmen. Was genau meine ich damit? Unsere Energiesysteme in unserem Körper da bei der Multidimensionalen Wahrnehmung mitmachen. Jeder einzelne Chakra in unserem Körper hat eine verschiedene Energieebene, verschiedene Vibrationsebene, verschiedene Informationsebene und dadurch ein spezielles Wahrnehmungskanal für multidimensionale Ebenen. Eine der Chakren, die wir am meisten bei der Wahrnehmung unserer Multidimensionalität benutzen, ist definitiv das dritte Auge. Aber wir können verschiedene Dimensionen auch durch unsere siebte und achte Chakra wahrnehmen, aber auch durch unsere Kehl-Kopf-Chakra, also die fünfte Chakra, aber auch dann definitiv durch das Herz. Das sind üblicherweise die Chakren, mit denen wir am meisten arbeiten und die auch dazu gehören, um die höheren Dimensionen wahrnehmen zu können. Das dritte, zweite und erste Chakra sind üblicherweise dafür da, um uns auf der Erde sehr gut zu erden. Ohne eine sehr, sehr gute Erdung, ohne eine sehr gute Präsenz im eigenen Körper, ist auch die Wahrnehmung der Multidimensionalität erschwert, weil der Körper muss sich sicher fühlen, sodass er die Stresshormone und andere Chemikalien des Stresses nicht in unserem Körper zirkulieren lässt, weil diese Chemikalien werden uns dann von unserer Multidimensionalität abtrennen. Also das Erste und Wichtigste ist, sehr gut geerdet zu sein, sich sehr sicher im eigenen Körper zu fühlen, Platz zu machen im eigenen Körper. Dazu gehören auch dann Trauma-Arbeit, emotionale Blockaden lösen, auch physische Erkrankungen zu heilen. Alles, das gehört dazu, um sich sicher und wohl im eigenen Körper zu fühlen. Dann die zweite Sache ist, wenn man sich sicher im eigenen Körper fühlt, da kann man auch die oberen Chakren mehr und mehr gebrauchen. Das wichtigste Organ, der uns bei unserer Multidimensionalität hilft, ist definitiv das Herz. Dazu gehört ein offenes Herz. Wenn wir unter Stress leben, in Angst leben, mit Ärger leben, mit all diesen Emotionen, die uns kleiner machen, sehr langsam schwingen, können wir das Herz nicht offen lassen. Ein offenes Herz, also ein Herz voller Liebe, voller Mitgefühl, voller Akzeptanz, ist das Tor zur Multidimensionalität. Wortwörtlich, weil im Herzen haben wir auch einen blitzekleinen Raum, der das Portal ins Alles ist, also den Zero-Point- oder Nullpunkt-Portal, der direkt in die Multidimensionalität führt. Das ist eigentlich nur einer dieser Portale, wodurch man multidimensionale Wahrnehmung verstärken kann. Wenn wir jetzt vom Herzen nach oben gehen, also ein offenes, lebendes Herz erstellt, die ganze Vibrationsumgebung um uns herum. Wenn du dir jetzt vorstellst, unser Herz hat ein sehr großes Magnetfeld. Das Magnetfeld, wenn unser Herz in Liebe und Kohärenz ist, ist unser ganzes Magnetfeld, unser ganzer Energiekörper in Kohärenz zusammen mit dem Herzen. Wenn aber unser Herz in Angst lebt oder mit anderen Emotionen, die mit Angst verbunden sind, dann ist unser ganzes Energieumfeld eigentlich inkohären und deswegen sind die Tore zu der Multidimensionalität für uns geschlossen. Und das Herz trägt auch die Basis all der Chakren nach oben, wie weit sie sich öffnen und entwickeln können. Deswegen ist ein offenes Herz die Vorstufe, natürlich auch mit den drei unteren Chakren, die dabei helfen, uns sicher in unserem Körper zu fühlen, ist ein offenes Herz eine Basis für die Öffnung und Entwicklung der Chakren. Je mehr wir das trainieren, desto mehr werden sich dann unser Kehlkopf öffnen können, unser drittes Auge und dann auch die siebte und achte Chakra. Warum ist das wichtig? Hellwissen, hellhören, fühlen und hellsehen sind alle mit den verschiedenen Chakren von Herzen nach oben verbunden. Das Hellfühlen ist definitiv mit dem Herzen und dem Hörenherzen verbunden. Das Hellwissen ist mit dem achten, siebten und sechsten Chakra verbunden. Das Hellsehen ist mit dem sechsten Chakra verbunden. Dann das Hellführen mit dem fünften und dem sechsten. Und die multidimensionale Downloads, sie kommen üblicherweise als extrem große multidimensionale Pakete in unser ganzes Energiefeld hinein. Und dann hängt es davon ab, wie wir das auspacken können, durch welche Hellsinn wir das wahrnehmen können. Das Wichtigste, dass wir erst erlernen und meistern sollten. Wie offen sind wir als Mensch? Wie offen ist unser Herz als Mensch? Wie gut fühlen wir uns auf der Erde als Mensch? Wie gut und sicher fühlen wir uns im eigenen Körper? Wie gut und sicher fühlen wir uns in unserer eigenen Umgebung? All diese Sachen sind sehr, sehr wichtige Fragen, die du dir stellen solltest, um den ersten Schritt zur Multidimensionalität zu meistern. Erstmal sich selbst als Mensch auf der Erde zu meistern. Und dann kannst du die Ebenen öffnen, die du auch bist und mit denen du nach außen reisen kannst, mit anderen Dimensionen Kontakt aufnehmen kannst, mit anderen Sternen, Völken kommunizieren kannst und dann voll und ganz deine Multidimensionalität rausleben kannst, als ein Wesen, der sich seines göttlichen Seins bewusst ist und dann auch die Talenten und Gaben in dieses Leben hineinbringen kann. Und es ist letztendlich das Ziel, unsere Sternenfamilien als Starseeds hier auf der Erde zu ermächtigen, sodass wir unsere ultimative Mission auf Erden meistern als Starseeds. Und die ultimative Mission als Starseeds auf Erden für uns ist eigentlich, unsere eigene Multidimensionalität zu verkörpern und zu leben. Ich hoffe, das hilft dir weiter. Ich hoffe, du hast ein paar Anregungen hier erhalten können, um den Weg zu der Multidimensionalität entweder anzufangen oder zu vertiefen. Und wenn für dich diese Informationen hilfreich gewesen sind, dann bist du auch eingeladen, in meinem Quiz teilzunehmen, um zu erforschen oder nachzusehen, was dein stärkster Hellsinn ist und dann durch diese Information deine Hellsinn anfangen zu stärken. Weil durch die Hellsinn wirst du dann auch deine Multidimensionalität besser wahrnehmen und meistern können. Herzlichen Dank fürs Hiersein, herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, diese Informationen werden weiterhelfen und ich hoffe, dich in meinem nächsten Video wiederzusehen. Bis zum nächsten Mal.